Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu der ersten offiziellen Folge Mein Gewicht vom. In diesem Format werde ich mich auf die Waage stellen und ihr könnt mein Gewicht sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich stelle mich jetzt auf die Waage. Wie viel wiege ich wohl? 89,9 Kilo wiege ich. Nun blende ich euch noch ein paar Daten ein. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.